Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 40. Hier ist dieser Kühlschrank der 96N. Hier daneben steht noch der 95er. Der 95er ist ganz ein bisschen kleiner, aber hier in der Breite ist dieser Standard 48. Und hier ist das Absorbermaß, also Gaskühlschrankmaß von 52,5. Der Unterschied ist, hier sitzt die Kühlmaschine hier hinten. Das heißt, ich kann den 1 zu 1 mit dem Absorberkühlschrank auswechseln. Den stellen wir auf die Seite und ich komme hier wieder mit einem 96er. Das ist der 96F wie flach und das hier ist der 96N wie normal. Das ist das, was die meisten haben, ob auf dem Boot, im Camper oder sonst wo. Eine Türe, Tablare, Gemüseschalen und hier oben ein Tiefkühlfach. Geht nur bis minus 12, das reicht zum Lebensmittel kurze Zeit zu halten. Und dieser Kühlschrank hier, der hat kein Eisfach. Der ist nur Kühlschrank. Und hat durch das wesentlich mehr Inhalt. Wir haben hier hinten eine flache, aus diesem Grund F, Verdampferplatte drin. Und die tropft dann hier unten in diese Tropfschale. Und zwar jedes Mal, wenn die Temperatur erreicht wird, schaltet der Kühlschrank aus. Das Wasser taut ab, geht in diese Tropfschale hier unten und von der Tropfschale hier hinten in diesen Schlauch. Und den hängen wir dann an, runter, durch den Außenwand und so tropft das Wasser unten raus. Bei diesem Kühlschrank hier haben wir das nicht. Hier sammelt sich das Wasser, hier in dieser Tropfschale. Man könnte zwar hier wegschneiden und einen Schlauch anhängen. Aber der Unterschied ist der, wenn ich hier lange unterwegs bin, Wasser wandert immer, oder Wasserdampf, von außen oder vom wärmeren zum tieferen Temperaturniveau. Das ist in der Regel im Kühlschrank und das beschlägt hier. Weil wir hier immer unter Null sind, kann das nicht abtauen. Das wird also mit der Zeit hier Eis bilden. Eis bildet es, wenn die Türe nicht sauber zu ist oder wenn Feuchtigkeit da ist. Also so Grünzeug, Salat und Gemüse, das am besten verpacken, weil das hat Wasser drin. Das dampft dann aus dem Gemüse aus, geht hier oben raus. Und das Gemüse wird dann auch leichter. Und die Qualität schwindet. Ja, beide haben eine Innenbeleuchtung hier dran. Die geht über die Innentüre auf. Hier in der Türe sitzt ein Magnet. Sobald das Magnet in die Nähe kommt, schaltet die Innenbeleuchtung ein oder aus. Zur Technik. Wir haben hier Standard den gleichen Kompressor drin. BD35, hier auch BD35F. Und hier haben wir das 12 Volt Anschlusskabel, nur ein Stück Kabel dran. Plus und Minus. Und hier haben wir zusätzlich einen 230 Volt Stecker. Also wir haben es 12 Volt. Auch gleich. Rot, schwarz. Schwarz ist Minus, Rot ist Plus. Und hier einen Euro Stecker. Der geht beim Schuko Stecker rein. Das ist nur der zweipolige. Und wir haben hier bei diesem Kühlschrank eine Vorrangschaltung. Das heisst, wenn ich das Ding 230 Volt einstecke oder anschließe oder beim Fahrzeug von außerhalb 230 Volt habe, schaltet er um auf 230 Volt. Wenn der Nachbar einen Stecker rauszieht, geht er zurück auf den 12 Volt. Und so habe ich keinen Verbrauch auf der Batterie, wenn er an 230 Volt angehängt ist. Hier unten mache ich euch das Video von diesem 95, den habe ich gestern gezeigt. Und morgen gibt es ein Video über den gleich großen Kühlschrank, aber mit mehr Inhalt und externer Maschine. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.